Nach dem überragenden Heimsieg gegen den FC Bayern folgt nun wieder so ein bisschen die Ernüchterung bei Gladbach und man verfällt wieder so ein bisschen zurück in die Krise, die man ja davor schon mehr oder weniger hatte. Denn im heutigen Auswärtsspiel gegen Mainz 05 geriet man dann mit 4 zu 0 doch schon recht deutlich unter die Räder. Ein Sieg für Mainz war für mich ehrlich gesagt sogar abzusehen, natürlich nicht in der Höhe, aber ich habe es auch getippt auf Mainz, denn im Hinspiel haben sie ja auch schon gewonnen. Dazu habe ich tatsächlich auch schon eine Taktikanalyse hochgeladen damals und der Schlüssel dafür war halt vor allem das Pressing im Hinspiel und auch heute wieder und auch generell ist Gladbach halt extrem Anfälle gegen Mannschaften, die sie hoch anlaufen. Auch heute war das wieder der Schlüssel für den Sieg für Mainz. Die haben wirklich extrem hoch angelaufen, aber auch mit einer extrem krassen Intensität über das ganze Spiel hinweg. Klar, man hatte immer mal wieder Phasen, wo man auch tiefer stand, aber auch da haben sie es geschafft, wirklich alle hinter dem Ball zu bekommen und dann auch ja gut und kompakt zu stehen. Durch das ganze Spiel hinweg zieht sich eigentlich ein Muster. Gladbach hat den Ballbesitz, aber kann nicht wirklich viel kreieren und Mainz läuft sie halt extrem hoch an. Gladbach kann sich nicht wirklich befreien und wenn sie sich dann mal befreien, dann halt relativ langsam, sodass Mainz wieder mit den meisten Spielern hinter dem Ball kommt. Und genau so fallen dann halt eben auch die Tore. Beim 1 zu 0 ist es ein Ballgewinn von Da Costa auf der rechten Seite, der dann die Flanke reinschlägt auf den späteingestarteten Lee und der köpft den dann halt eben ein, ist ja mittlerweile ein Kopfballungeheuer und auch in extrem guter Form seit das Jahr gestartet hat. Beim 2 zu 0 ist es auch ein hoher Ballgewinn von Khor, der steckt den Ball durch auf Aschorik, der kann sich nicht belohnen, aber der Abpraller vom Torwart von Sibbel, der eingewechselt wurde, landet bei Ingwarzen und der schiebt dann eben 1 zum 2 zu 0. Und auch beim 3 zu 0, da ist es ein tiefer Ballgewinn und dann zeigt Mainz halt eben auch das Umschaltspiel, das sie auch auszeichnet. Dann ist es eben Kassi, der auf Lee spielt, der wartet dann so ein bisschen, steckt durch auf Aschorik, der dann eben aus spitzem Winkel einschiebt und dann halt eben seine bemühte Leistung insgesamt in allen Spielen bis jetzt belohnt und eben sein erstes Tor erzielt. Das 3 zu 0 fiel dann halt eben mehr oder weniger im direkten Gegenzug an die beste glattbare Chance, als eben Thüram durch war und im 1 gegen 1 mal wieder am Torhüter scheiterte, nämlich an Zentner, der wieder im Kasten stand für Fynn Dahmen. Also Gladbach hatte durchaus seine Chancen, aber halt in Relation zu ihrem Ballbesitz dann doch relativ wenig und ich finde, die können sich durchaus mehr rausspielen in Anbetracht dessen, wie viel sie den Ball haben, aber da kommen dann halt doch relativ wenig und wenn sie dann mal Chancen haben, dann sind sie halt nicht effizient im Abschluss und da ist Thüram halt ein Sinnbild dafür. Und im Endeffekt grünen dann halt eben die späteingewechselten Aaron Martin, der eine Halbfeldflange schlägt, auf den eingewechselten Viper. Top-Talent, 17 Jahre alt, ist so eine Art Stoßstürmer, der kam für Ascheuk und köpft den Ball dann halt eben ein und macht eben sein Bundesliga-Premierentor und den 4 zu 0 Endstand. Im Endeffekt ist der Sieg dann eben hoch verdient, aber natürlich deutlich zu hoch, da wäre ein 1- oder 2-Tore-Abstand deutlich gerechtfertigter von der Leistung her, aber der Mainzer Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung und bei Gladbach sollte man sich schon so ein bisschen fragen, ob die auf dem richtigen Weg sind. Auch die Analyse von Faheke nach dem Spiel fand ich jetzt nicht ganz so gut, hat gemeint, sie haben ja große Teile des Spiels dominiert, aber das finde ich jetzt nicht so, wenn man tiefen Ballbesitz hat, ist das für mich jetzt keine Dominanz unbedingt und ja, ich finde, da greift man viel zu wenig die Schwächen auf im eigenen Spiel und besinnt sich eher auf das Positive, was aber meiner Meinung nach nicht allzu viel ist. Abschließend muss ich sagen, dass ich mich über das Ergebnis gefreut habe, nicht weil ich es Gladbach nicht gönne, dass sie hier einen Sieg holen, aber ich habe halt ehrlich gesagt schon mit einer Niederlage gerechnet und mir schon so ein bisschen ein Konzept vorgeschrieben für ein kommendes Video, wo ich mal so ein bisschen generell die Fehler von Gladbach und Faheke analysiere, was da momentan so schief läuft und das Ganze wird dann auf jeden Fall in den nächsten Tagen kommen, dann eben auch mit dem ein oder anderen Bildmaterial, um es für euch zu veranschaulichen. Das also soweit meine Gedanken, meine Analyse zu dem Freitagabendspiel des 22. Spieltags. Lasst mich gerne eure Gedanken wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! Haut rein und ciao!